Wir sind gerade auf der Sakazume Käufer. Wolfgang ist beim Cashern. Wir haben einen Bucki. Der ist abgekaut. Da haben wir schon noch ein paar schöne Benigoi, ca. 40 cm. Schauen wir mal, was der Wolf in den Ok schaut. Ah, nachher ich auch mal Bucki. Okay. 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 Schaut schon sehr schön aus da in der Ball. Jetzt muss ich helfen.